Hi, hier ist Christian und in meinem heutigen Video geht es um einen Erfahrungsbericht mit der Fossil Carlyle der fünften Generation. In den nächsten Minuten möchte ich mit euch klären, was mir an der 299 Euro teuren Smartwatch mit Android Wear besonders gut, auf der anderen Seite aber auch weniger gut gefallen hat. Nun aber viel Spaß! Bereits beim ersten Blick auf die Fossil der fünften Generation wird sehr schnell klar, dass wir hier keine Smartwatch im Outfit eines Star Trek Communicators vorfinden, sondern eher ein klassisches Uhrendesign, das sich nicht nur in Form, sondern auch bei der Materialwahl genau daran orientiert. Das aus Edelstahl gefertigte Chassis besitzt eine gute Verarbeitung. Das Armband mit 22 mm Stegbreite lässt sich einfach wechseln, sowie kürzen und dem ersten Eindruck kann sie vollends überzeugen. Mit 44 mm Gehäusedurchmesser ist sie passend und das nicht nur für große, sondern auch für schmalere Handgelenke. Auf der rechten Seite sitzen drei Knöpfe für die Steuerung, dazu noch ein Mikrofon, links noch ein Lautsprecher und auf der Unterseite der Herzfrequenzmesser. Auf der Vorderseite gibt es ein OLED-Display in 1,28 Zoll und einer Pixellichte von 328 ppi. Mit diesen Eigenschaften ist sie nicht nur scharf genug, auch Blickwinkel, Helligkeit und Farbdarstellung können überzeugen. Weiterhin ist sie mit einem Always-On-Display versehen, sodass dauerhaft die Uhrzeit auf dem Display abgelesen werden kann. Beim genauen Hinschauen wird man jedoch feststellen, dass sich zwischen Display und Edelstahlrahmen noch ein dünner schwarzer Rahmen befindet, sodass das Display nicht vollflächig verbaut wurde. Es gibt damit leichte Abzüge in der B-Note. Die Bedienung und Navigation der Carlyle erfolgt entweder per Touch in alle Himmelsrichtungen oder per mittlerer Krone, die für euch beim Drücken auch zentrale Anlaufstelle für alle Apps ist. Ist die Krone mal gedrückt, befinden sich oben die letzt geöffneten Anwendungen. Folgend werden alle weiteren Apps aufgelistet. Ebenso kann man vom Homescreen durch Drehen der Krone die Schnelleinstellungen oder eingegangene Benachrichtigungen öffnen. Funktioniert natürlich auch per Touch. Swipe man nach links, kommt man zu den Widgets, die man sich personalisieren kann, was vor allem für einen schnellen Blick auf Google Fit oder Wetterdaten Goldwerte ist. Mit einem Swipe nach rechts gelangt man zum Google Assistant, der a. nicht nur persönliche Inhalte anzeigt, sondern b. auch per Sprache bedient werden kann und euch im Anschluss über den Lautsprecher zu den nächsten Terminen, Wetter oder auch sonstigen Einträgen informiert. Aufgrund eines verbauten GPS-Moduls kann die Uhr auch autark zum Sportmachen genutzt werden. Das in Verbindung mit auf der Uhr abgelegten Musik macht die Carlyle zum täglichen Begleiter bei Laufrunden, da fast metergenau eure Strecken aufgezeichnet werden und ihr zudem beim Laufen Musik hören könnt. Über den unteren Knopf besteht für euch die Möglichkeit, direkt auf sportliche Aktivitäten zuzugreifen, so z.B. Walking, Radfahren oder auch Krafttraining. Den Schrittzähler der Carlyle finde ich durchschnittlich, was zum Teil aber auch daran liegt, dass die Uhr aufgrund des Edelstahlarmbandes nie so fest am Handgelenk angelegt war wie mit einem Silikonarmband. Meistens hatte ich Abweichungen von minus 5 bis minus 10 Prozent der täglichen Schritte. Der Herzfrequenzmesser liefert ordentliche, aber natürlich nicht medizinisch genaue Ergebnisse ab. Wie auch bei fast jeder anderen Smartwatch muss diese gut am Handgelenk aufliegen und ist vor allem im Ruhepulsbereich sehr genau, im Anaeroben wird es dann ungenauer. Als Antrieb kommt bei der Carlyle der Snapdragon Wear 3100 in Verbindung mit 1 GB RAM zum Einsatz. Generell kann die Leistung als gut bis zufriedenstellend beurteilt werden, da sie zwar solide in manchen Situationen, vor allem beim erstmaligen Öffnen des App Drawers, aber auch etwas laggy ist. Hier ist sie leider hinter einer Galaxy Watch von Samsung oder auch Apple Watch. Beim Akku könnt ihr euch bei aktiviertem Always-On-Display auf eine Laufzeit von gut 24 Stunden einstellen. Dann muss man wieder an die Dose, dann nichts mehr geht. Vor allem, wenn die Uhr, aus welchen Gründen auch immer, ein- bis zweimal neu gestartet werden sollte, könnt ihr den Akkustand regelrecht sinken sehen. Auch bei dauerhafter Nutzung kann es mal sein, dass bereits am Abend der Akku wieder leer ist. Aufgrund einiger Energieeinstellungen kann die Akkulaufzeit aber auch verlängert werden. So können diverse Module und das Always-On-Display deaktiviert werden, oder ihr lasst euch einfach nur die Uhrzeit anzeigen, ohne auf smarte Funktionen zuzugreifen. Dann sind sogar bis zu eine Woche Laufzeit möglich. Unterm Strich ist die Carlyle der fünften Generation wieder eine Smartwatch, die durch ein äußerst schickes Design, zahlreiche Funktionen und in der neuesten Auflage auch durch einen Lautsprecher und Mikrofon überzeugen kann. Auch wenn der Lautsprecher nicht zu dem Besten gehört, ist es schön zu sehen, dass man überhaupt einen verbaut hat. Während die Performance sich meist im guten Bereich auffällt, kam ich mit dem Akku nie über 24 Stunden Dauerbetrieb, sodass ich sie hier noch hinter der Apple Watch einreihe. Wer das Betriebssystem Wear OS mag und auf ein klassisches Uhrendesign mit einer guten Verarbeitung Wert legt, sollte sich auf jeden Fall mal Fossils neue Smartwatch anschauen. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit der Fossil Carlyle der fünften Generation und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr vielleicht einen Kommentar oder auch Like hinterlasst, aber natürlich auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.